Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 3. April und am 3. April hat Geburtstag nicht der Marc Hagenbeck. Schade eigentlich, auch nicht der Sascha Elath, sondern... Sondern der Tommy Haas hat Geburtstag. Tommy Haas. Tommy Haas, Tennisspieler, drück doch mal genau, hier, hier. Tommy Haas, das ist Tennisspieler, einer der Deutschlands besten Tennisspieler, war auf dem 2. Platz der Wettrangliste, 2002, und ist geboren in Hamburg. Hamburg, meine Perle. Hamburg, meine Perle. Ja, genau, das ist Tommy Haas. Ja, also als Tennisspieler bewegt man den Ball ja schon ganz schön schnell, ne, übers Spielfeld, ne, apropos schnell, was ne klasse Überleitung. Richtig, aber so, ihr müsst ein Profi, ehrlich. Apropos schnell, 2007 legte der TGW auf der Neubaustrecke LGV Est-Europé von Paris-Straßburg einen Geschwindigkeitsrekord hin. Er fuhr dort mit 574,7 kmh. 500? Man muss sich mal überlegen, dass ein ICE so 300, 330 Stundenkilometer fährt. Wie viel fährt er? 500, wie viel? 574,7. Alter Verwalter. Er hat wahrscheinlich auch alles gewackelt und so, aber sie haben halt genau die Geschwindigkeit erreicht. Ja, krass, oder? Wirklich Wahnsinn. Ja, und passend zum TGW wurde am 3. April 2001 in Chile die Todesstrafe abgeschafft. Ach, das ist ja schön. Ja, passt ja. Passt ja, ne? Zum TGW. Ja. Ja. Das ist die chilenische Flagge, hättest du sie gewusst? Natürlich hätte ich sie gewusst, ne? Scheißdreck hättest du gewusst, gar nichts. Na, wegen natürlich Blau, Weiß, Rot und dann Stern natürlich im blauen Feld, muss er sein. Für chilenischen. Ja, wenn es im roten Feld wäre, wäre es ja nicht. Dann wäre es Vietnam. Dann wäre es Vietnam, ja. Im weißen Feld, der weiße Stern wäre halt... Ostfriesische Nationalflagge. Weißer Stern auf weißem Grund. Das war der weiße Adler auf weißem Grund. Ja. Ich bin die Generation Otto, ich weiß sowas. Ja, 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 genau, ich auch. Das war der 3. April. Oh, schon rum? Schon rum, ja, genau. Morgen geht es weiter mit dem 4. April und dann sehen wir uns wieder. Cheerio mit Sophie. Macht's gut. Tschüssi.